...mengt die Venatorbrücken ins Visier. ...attackieren feindliche Einheit. Taktischer Hinweis für Schuss. Taktische Maßnahmen eingeleitet. Klammer, Juppa! Ich hab nichts mit. Klammer, ich hab nichts ... ...schiff wird beschossen. Schiff wird beschossen. Offensiv eingeleitet. Analyse. Durch die Zerstörung ihrer Bomben werden die Venators im Kampf nutzlos. Verbindete im Anflug, Bomber der Hyänenklasse, Escorte angefordert, dringend empfohlen. Angriff initialisieren. Lass auf ihn. Bomber der Hyänenklasse haben ihren Angriff abgeschlossen. Konzentriert den Beschuss auf die Venatorbrücke. Nachos! 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 Sensor meldet Schaden. Entwickeln den taktischen Plan. Schilf diese Bomber ab. Eine Welle drohliche Bomber wurde zerstört. Verheiligt die anfliegende Gruppe. Analyse. Den NATO-Brücken kritisch. Angreif intensivieren. Analyse. 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 Was hat denn das? Feindliche Verstärkung geortet. Gefahrenanalyse. Neues Einsatzziel. Eliminiert die republikanischen Kreuzer. Ich finde das nicht mehr steuerbar. Der Leberkrieg ist ein. Der Leberkrieg ist ein. Die Brüder da! Die Republikanischen Kreuzer müssen zerstört werden. Auf der Hygiene-Klasse leiten Angriff ein. Verkeile ich unsere Einheiten bis zum Abschluss. Außer Funktion! Beinliche Zielerfassung gescheitert. Ich bin der manifestierte Wille der dunklen Zeit. Ich bin der manifestierte Wille der dunklen Zeit. Die Brüder da! Republikanische Kreuzer zerstört. Die Sendungen zeigen, dass die Republikanischen Kreuzer schwer beschädigt sind. Es ist nur noch ein Republikanischer Kreuzer übrig. Die Beine wird entkackt. Die Zemitarre wird beschossen. Die Beine wird entkackt. Die Zemitarre wird beschossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020